So, in der Krankenstation. Guten Tag. Na gut. Sagt der sonst nichts mehr? Okay. So, das hier müssen wir auf jeden Fall direkt mal machen. Ja. Inject the juicy HP into me. So, hallo, wer sind Sie? Hallo. Schweigsam. Ich sehe. Jetzt mal ganz kurz gucken. Sie müssen den Wächter loswerden. Also mir würde ja eine Sache einfallen. Peng. Bring es an, Mann! Äh, äh. Auch. Hä, 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 hä. So, so ein Sturmgewehr werde ich immer noch nicht nehmen können. Sind ja nach wie vor nicht in der Datenbank. Wir haben jetzt ein Dingscode bekommen. Ähm, so, das heißt, zuallererst gehen wir hier rein. Ich glaube, das ist der Geheimcode, den wir von, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, den wir bekommen haben dafür, dass wir Molina verprügelt haben. So, ein Zigarettenpäckchen und ein Skalpell. Perfekt. So. Äh, mir ist aufgefallen, dass das Mausmovement bisschen laggy war. Tatsächlich gibt es in diesem Spiel, nennen wir es mal einen kleinen Bug, äh, wo muss die Polling-Rate der Maus auf 125 Hertz setzen. Ansonsten mag das Spiel das nicht. Hallo. Oh, hör, 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 hör. Oh, ja, huch. So, keiner von den beiden hat auf der anderen Seite anscheinend mit dem jeweils anderen gerechnet. Ah, auch. Nimm das. So, jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass es ganz normal aussieht. Schmeißen wir den hier mal aufs... Äh, hoch. Genau, den hier mal aufs Bett. Ich meine, es ist doch absolut natürlich, wie der da liegt. Der hier hat auch einfach nur ein bisschen... Auch einfach nur ein bisschen Schmerzen. Naja. So, schauen wir doch einmal... Ah, genau, die Dinger sind nice. Aus Gründen. Yeah, permanentes Gesundheits-Upgrade. Ist das nicht wunderbar? Ich würde sagen, das ist wunderbar. So, dann gucken wir mal. Dürfen uns natürlich nicht allzu... nicht allzu... stark bewegen. Naja, dachte ich es mir nicht irgendwie schon, dass da hinten das... fand ich schon komisch, dass ich da... oh shit, der hat mich gesehen. Fuck. Frisch. Frisch, frisch, frisch. Können's auch mal probieren, hier in der Kiste zu bleiben. Vielleicht sieht er uns dann nicht. Zack. Sein Geld wollen wir haben, seine Waffe noch nicht. Aber ja, wie man gesehen hat, von so einem Wächter erwischt werden. Das endet sehr, sehr, sehr schnell im Tod. Ich hab noch versucht, einen Nahkampfangriff zu beten. Aber... Aber es hat nicht funktioniert. Wollen auf jeden Fall nicht aufmerksam... äh, nicht auf uns aufmerksam machen. Schön geduldig bleiben. Und alles ist super. Na gut, der da... Oh, wow. Du Kacke. Scheint so, als gäbe es da jetzt Aufstände. Zack. Hier haben wir theoretisch ein bisschen Schatten für uns, falls wir ihn brauchen sollten. So. Zack. Den Sicherheitscode brauchen wir natürlich. Oh. Was genau macht er? Ja. Die Reaktionen spüren durch Blöcke A, B und C. Alle Kursen zu den Standard-Reaktionen. Das ist eine spezielle Tatsache. Aus irgendeinem Grund konnte ich ihn nicht... Aus irgendeinem Grund konnte ich ihn nicht... ...stealth killen. Naja.